Holla bei Padauds und bei PatZellend. Der ist nämlich auch da. Und der Daniel ist auch da. Hallo. Und wir spielen Street Fighter. Wieder jeder gegen jeden einmal. Und wer kämpft als erstes Pat gegen Darpo, so wie es aussieht. Drück mal Start. Achso, okay. Gut. Ja. Ja. Aber der macht mich wieder alle, das möchte ich nicht. Ja genau, in der letzten Folge glaube ich Darpo hat nicht einmal verloren, ne? Er hat nicht einmal verloren, genau. Genau, ich habe zweimal verloren, leider. Und du hast einmal gewonnen und einmal verloren. Genau. Korrekt. Mal gucken, wie es jetzt wird. So kann es von mir auch gerne weitergehen. Nein. Hauptsache, ich bin nicht auf dem letzten Platz. Nein. Aber es gibt keine Regeln, wer welchen Charakter nimmt, sondern... Genau, wir spielen einfach wild drauf los. Genau, jeder nimmt den, auf den er Bock hat und mit dem man am besten nichts kann, damit ich eine Chance habe. Also bitte alle Dalzim nehmen. Alle. Immer. Ja. Oder den Gifttypen. Fang. Nein. Oh, ich weiß noch gar nicht, wer spielt. Oh. Vega ist bestimmt Pat und Birdie... Ja, Birdie ist da. Hast du den jetzt mit Absicht genommen oder hast du es auslaufen lassen? Nee, ich habe den schon mit Absicht genommen. Oh, nee. Ich... Muss aber nichts heißen. Hm. Round 1. Fight! Ja gut, man muss sagen, ich stelle mir das Stress nicht vor, jetzt gegen Vega, wenn der mal so rumpüppelt. Ja. Geht schon los. Er ist der Griff von Pat Salen. Und Daniel hat keine Gelegenheit zu blocken. Er geht schlager schlager. Ist das gut? Oh, Gott. Daniel, was machst du denn? Ich glaube, er meinte das ernst mit dem Spielen. Ja. Mach ich doch. Perfekt? Haha. Ich will Nico einfach nur richtig schlecht darstellen lassen. Achso. Wenn du mich dann besiegst, ne? Schande. Oh, oh. Jetzt kommt die Rache. Er musste wahrscheinlich erstmal analysieren, wie du spielst. Wild. Aber du hast mir eben schon wieder das Perfekt gespoilert, ne? Das war wieder ein paar Sekunden vorher. Da kann ich doch nichts für. Mann, komm mit deiner Leitung klar. Komm du mit meiner Leitung klar. Würde ich ja gern. Ah. Vergessen. Oh. Man. Oh, Pat und sein Down-Hard-Kick-Shit-Move, ne? Ja. Und? Ich weiß noch, das Online-Match, wo du einen Gegner nur damit verliebt hast. Doch. Das war geil, ne? Ja, er ist so gefeiert. Der komplett nichts geblockt hat, ey. Ach, Mann. Tut mir leid. Ich wünschte, du wärst Nico. Wünschen sich das nicht alle. Ja. Es ist eigentlich absurd, dass ich das erste Mal Birdies Design gut finde. Jetzt, wo er dick ist. Ja, ne? Seht ihr auch so, ne? Mir jetzt, ja. Habt ihr mal sein neues Bonus-Premium-Kostüm gesehen? Wo er in den Storwart hat? Nee. Hat er den sowieso. Nee, stimmt. Nee, er hatte... Dann sieht er so ein bisschen aus wie Super Mario. Und, äh, hat, äh... Seine Haare oben sind auch viel länger. Und dann schwarz halt. Oh, oh. Sieht richtig absurd aus. Dass es nicht so teuer wäre, würde ich es vielleicht auch kaufen. So ein Euro, so hätte ich gesagt. Ah, ich krieg das nicht mehr hin. Das gibt's doch gar nicht. Schmeiß einfach irgendwelche Rosen durch die Gegend. Ist denn mit dir nicht richtig? Echt mal. Ach, Mann. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Softbunch. Oh, oh, oh. Ein Satz mit X. Das war wohl. Sena. Also, Nico, äh, nicht dass ich dich jetzt spoiler, aber ich hab gewonnen. Nee, ich hab schon gesehen. Dein hässlicher, aufgedunsener Körper ist unerträglich anzusehen. Geh mir aus den Augen. Oh, oh. Wie schies, ey. Das war wirklich gemein. Garstmon. Garstmon. So. Dein Gegner befindet sich gerade in einem Menü. Kampf beenden, müsst ihr schon machen, ne? Ja, ja, haben wir. Ja, ja, ja. Wer, wer soll euch das noch glauben? Der Stout hat ein bisschen, keine Ahnung warum, aber es ist so. Nein. So, losiert das. Ja, ja. Hau ihn weg, Daniel. Hau ihn weg. Wird schwierig. Nico, drück Start. Ja, ich, ich hatte mein Bild noch nicht. Bist immer so, so langsam mit allem. Meine, meine Ladezeit. Kauf dir eine schnellere PS4. Das, das, ne. Da, äh. Eine PS5. Hm. Hm. Ja, bitte erzähl mir mehr. Ne, Daniel, nimm mal schön irgendeinen Charakter, mit dem du was richtig drauf hast. Am besten nicht kennen. Spiele 1 fehlt die Stage. Bitte warten. So. Also, wie ich ihn kennen, nimmt er eh wieder den tollen Ryu. Ne, ne. Ich glaube, den krieg ich ab. Ja. Jetzt, wo du weißt, ob das, äh, dass, äh, Vega schon raus ist, ne? Kikoken! Nein! Ja! Na gut, dass du die jetzt schon gewählt hast. Die finde ich ja noch schlimmer als Ryu. Ich hab hier rumgehoppelt. Aber gegen Zangief, da weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe noch nie mit Shanyi gegen Zangief gekämpft. Zangief also Turbulent Wins. Ah ja. Mein gestaltiger Körper ist umbeziehungsweise nicht nach. Eigentlich, ne. Kommst du ja nie an, wenn ich hier stehe und schieße. Oh, wie oft denn noch? Ah, Daniel schaut wieder, wie du spielst. Ah, Daniel steht auf der Turbulent Wins. Schön. 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 Ey, die Olle kraucht nur auf dem Boden rum. Nein! Ich bin im Menü! Oh! Ich... Ich hab grad... Ich hab grad das Playstation Menü geöffnet. Oh! Ich bin auf die Tasse gekommen. Scheiße. Wie bin ich denn da auf die Tasse gekommen? Die ist schon so versteckt. Nein! Oh! Oh! Oh, das macht so viel Schaden, ey! Nee! Was macht der da? Spinning about a Kikaru! Oh! 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 Nein! Ja! Jawollo. Genegru. Es gibt keine Runde 2. Ja! Jja, ich hab dich frei. Diese riesen Dotten, ne? Aber echt? Was die wohl kosten? Es ist misst du kein kuss? und jetzt kommt nicht mehr an da hat er fertig ja ja weggehen du hast den dreckigen v-trigger er macht der ein schaden exzellent die haltung ok jetzt reizt im chan lee auf der turbulent wind ja okay ja 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 wohl schönes ding ist der damage output eigentlich dein ernst sie die ganze zentrumiert hast und dann dieser eine move kam ich habe schon war zwar spoiler für mich aber sehr schönes ding perfekt oder den controller deine kicks sind wie immer gezielt aber immer noch sehr schönes ding finde ich das gut ich hoffe du holst den restlichen tag ich bin ich aufgestanden ja du war das spiel ich hätte liegen bleiben wunderbar der tag ist für mich gerettet zwei machen nico gewinnen wunderbar also jetzt ging es ja ach so ja ich muss start drücken die statistik sieht echt schlimm aus gerade ich muss 2 2 1 wenn du jetzt gewinnt ist schön aber ansonsten ja ich muss wenigstens gegen dich jetzt gewinnen oh gott nein wen nehme ich denn ja wen nimmst du wohl in den dalsiem ne ich bin immer noch für alex ich brauche 100.000 fight money unbedingt dringend wieso hast du 50 schön ähm I am Rashid vielleicht nehme ich Rashid als ob du nicht Ryu nehmen würdest nein ich nehme dich Ryu mhm wann hab ich denn bitte das letzte mal Ryu würdest du nie nehmen nie jetzt wähl mal ja ich bin kurz davor ich muss so bisschen NEIN ich hasse dich so ich hab jetzt echt gehofft dass du den auch nimmst ja wenn wir beide Rashid gehabt hätten hättest du gewonnen weil ich bin mit ihm nicht so gut leider ja ich auch nicht das war letztes mal Zufall ja achso Versus City in Chaos ey ich kann jetzt nicht verlieren dieser Druck der auf meinen Schultern entlastet ich fühl mich wie Atlas round 1 fight oh oh blöken nö nein 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 soll ich mir alles vorgestellt oh nein scheiße wollte ich gar nicht machen teleport nimmst du immer so ne so ne so ne Hüppel Charaktere ne oh oh du falls du vergessen hast wie Alex aussieht er schnitt dir hinter den Brunnen ja he 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 noch weh ich liebe ihn ich muss mal wieder Street Fighter spielen ich bin hier richtig scheiße geworden komm her hier oh ich dachte die ganze zeit meine Trigger새leiste wäre스터 aber deine he 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 again oh, ich wollte ein Hadouken durchmachen aber watched, geht das? Ehe he 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 oh hallo jetzt ist gut warum bin ich denn tot ja von shoryuken king das ist auch so ein typ ne so ein antäuschsprung shit ja genau was 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 hab vergessen was er macht die durch die durch die kunden stimmbruch normal ist er scheiß man Was? Wo ist er hin? Nein! Nein! Was? Ja! Nein! Ja! Fuck! Mann! Oh mein Gott! Scheiße! Oh mein Gott! Ich glaub ich mach die Augen zu, der passt das Bild wenigstens, was ich denn im Kopf... Ah, jetzt bin ich nervös, ey! Oh mein Gott! Nein! Oh! Oh mein Gott! Was ist denn da? Ja! Fuck! Nein! In dein Scheinbein! Oh! Mann! Ja! Du mit deinem Riou, ey! You have been Rashid! Of the Turbulent Wind! Du bringst wirklich frischen Wind rein! Ich fühle mich lebendig! Ja! Schnauze! Tschüss! 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 Ciao! Tschüss! Tschüss! An